Hast du ne Bergbude, wo uns richtig in... Boah, ich muss sowas auch bauen, ich muss sowas... Survival-mäßig mal wieder richtig und hier so schöne Bergbude... Ich muss sowas auch... Boah, ich hab richtig Bock drauf! Yo, moin Leute und herzlich willkommen wieder zu Brand.com zu Besuch! Ja, heute besuche ich mal die Spielerin Bissi0081 mit dem gleichen Skin wie ich. Das ist auch mal witzig. Und zwar, ja, hat sie schon, ähm, so oft, ähm, ja, also jetzt nicht böse gemeint, aber so mega oft geschrieben. Ja, jetzt, äh, hab ich sie einfach mal, oder besuche ich sie einfach mal, würde ich mal sagen. Ich möchte ja auch in Zukunft mal wieder ein bisschen mehr Brand.com zu Besuch bringen. Ähm, ja, wie man sieht, das scheint ja eine Survival-Map zu sein. Ich kann ja mal schreiben, ähm... Hallo, Dopp.de, los! Da oben sehe ich schon was gebaut. Guckt euch das mal an, da oben ist schon irgendeine Bergbude, oder was hat sie da gebaut? Und hier stehen Fackeln. Auch nice. Ähm, und hier gleich Pferde oder Esel. Ich kann das in Minecraft immer nicht unterscheiden, ob das Pferde oder Esel sind. Muss ich mal jetzt ehrlich dazu sagen. Ähm, ja, garten wir mal hier hoch und schauen uns das Ganze mal an, würde ich mal so sagen. Ähm, genau. Oh Gott. Oh Gott. Creeper! Entschuldigung, ey. Wenn du das hier siehst, das war jetzt nicht mit Absicht. Die sind so nervig, die Creeper. Oh, kommt mal sogar richtig mit Aufstieg hier. Guckt euch da. Alter. Oh, sowas will ich auch bauen. Sowas will ich auch bauen in meiner Let's Play Map. Ich hab auf sowas nämlich auch wirklich mehr Bock als im Moment irgendwie Enderman. Also ich mal, äh, äh, Endertrache, ja, das soll natürlich auch kommen. Aber solche Dinge, ne, da hab ich echt im Moment mehr Bock drauf, sowas zu bauen. Also ne Bergbude. Mal guckt euch das mal an. Warte mal kurz. Hier sind Leitern. Da will ich jetzt mal zuerst gucken. Ach! Wie nice ist das denn, bitteschön. Ein Feld hier oben drauf. Nimmst du auf. Ähm, klar. Ich nehme auf. Ja, das ist ja auch nice. Guckt euch das mal an hier mit Feld oben drauf. Ey, wie nice. Vor allem, du kannst hier so nach, da noch so gucken. Und, alter, guck, äh, alter. Hier geht's auch noch lang, oder was? Junge, ey. Äh, das ist ja mal... Oh, okay, hier ist natürlich vorbei. Das ist ja mal nice. Vor allem, du kannst hier auch oben auf den Berg rauf. Aber, was ich jetzt mal machen möchte, ist... Das sieht auch krass aus. Boah, und dann hier die ganze... Die ganzen Bäume da, ey. Voll nice. Auch die so, die Umgebung und alles. Ich schau mir jetzt mal so ein bisschen die Bergbude... An. Das Haus ist noch nicht ganz fertig. Äh, hoffe, es gefällt dir. Ähm, bestimmt, bestimmt, bestimmt. Jetzt kommt... Ah, ich kann mir lieber hoch. Ich kann mir lieber hoch. Ähm. Ach, guck mal, siehste. Da braucht die Missy schon, äh, hier einen Weg. Okay, und... Danke. Dankeschön, dankeschön. Jawohl. So, jetzt schauen wir uns mal die Bude von dritten an. Die Bergbude. Da ist ein Ofen am putzeln. Ach, nice, ey. Also das gefällt mir wirklich, muss ich ganz ehrlich dazu mal sagen. Das ist richtig cool. Ich meine, guckt euch das mal an. So eine kleine Bergbude hier, schön gemütlich. Dann kannst du da schön rausgucken. Das ist doch richtig cool. Also mir gefällt es. Was hast du denn da im Ofen? Ach, Glasbrenze gerade. Ja, nice. Und da auch irgendwas drin? Ne, weiß ich nicht. Ähm, ich gucke jetzt einfach mal in die Kiste rein. Oh, oh. Da ist ja schon eine ganze Menge drin. Ich hole natürlich nichts raus. Ähm, ja. Oh, das hier ist auch nice. Guck mal, hier kannst du auch so schön rausgucken. Das ist doch wirklich... Also das hast du wirklich gut gemacht. Das gefällt mir, muss ich mal ganz ehrlich dazu sagen. Das ist doch richtig cool. Ich sneaker auch einfach mal. Hallo. Jetzt gehen wir nochmal hier runter. Bin mal ges... Oh. Wo kommen die alle her? Ja, geh schön runter. Oh nein. Ups. Kann man eigentlich auch, ähm... Da kommen Fragezeiten, schade. Mach ich mal so. Ja, geht hier einfach mal Creeper in die Luft. Ähm, ich spring jetzt trotzdem einfach mal hier runter. Ich meine, ganz ehrlich, so, jetzt sind wir hier. Ach, was hat sie denn hier für einen Raum? Aber es ist auf jeden Fall nice. So eine Bergpule und sowas will ich nämlich auch... Oh. Mit Portal direkt hier drin. Das ist auch nicht schlecht, die Idee. Muss man ja schon mal dazu sagen, ne? Gefällt mir auf jeden Fall. Nicht schlecht, Herr Specht. Oder Frau Specht. Ähm. Ja, ich schau mir das mal an. Ich sag mal durch. Ich geh durchs Portal. Wer hat sich ja in der Hölle auch schon was gebaut? Wer weiß. Auf jeden Fall richtig cool. Boah, jetzt... Ich muss unbedingt mal wieder mehr Minecraft zocken, ey. Das ist... Ich vermisse Minecraft... Oh. Hier, warte mal. Holz. Stopp. Ich vermisse irgendwie Minecraft voll, weil ich zock das viel zu wenig. Ich kenn mich schon gar nicht mehr damit aus. Bring auch viel zu wenige Videos. Danke. Kein Ding. So. Ja gut. Ich geh mal durchs Portal, würde ich mal so sagen. Kommt's auch nach? Kommt's auch nach? Kommt's auch nach? Ins Portal? Ich weiß noch nicht. Vielleicht hat er was gebaut. Vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Mal gucken. Ich geh einfach mal... Ich würde mal so sagen. Ich geh jetzt einfach mal durch. Ich geh jetzt einfach mal durch. Gelände wird gebaut. Oh Gott. Was war denn jetzt mit dem Sound los? Ich hoffe, ich falle nirgendswo runter. Warte mal. Willst du dein Schild mit deinem... Oh. Oh Gottes Willen. Erschreib mich doch nicht so. Wo kommt die denn jetzt her? Wie kommt hier eine Spinne rein? Alter, das ist... Wo kommen die her? Lol. Ähm, was? Willst du dein Schild mit deinem Namen hier reinbauen? Gern. Warte. Bin grad. In der... Habe auch Feen. Oh Gott, Alter. Die Magma Slimes. Soll ich das mal versuchen gehen? Magma Slime? Oder soll ich einfach mal krepieren? Spaßes halber. Oh Gott. Ach, das könnte ich sogar schaffen. Ich meine mal ganz... Alter. Ich meine, das sind ein paar Magma Slime. So ein paar Mini-Dinger hier. Ihr könnt mir gar nichts. So. Hat mal ein paar Slimer gekillt. Ach, guck mal da hinten. Ach nee. Ich dachte gerade, es geht ja schon was gebaut. Aber es sieht doch nicht so aus. Sagen wir so... Zu Anfang so aus. Ich geh jetzt... Ich geh mal lieber wieder hier durch. Schwuppdiwopp. 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 Da brauch ich natürlich... Natürlich brauch ich auch mal ein Schild, das hier war. Oh, guck mal. Direkt hier wieder rausgekommen. Perfekt. Wo ist der denn jetzt hin? Ihr seid nicht. Ihr seid jetzt auch in die Hölle gegangen. Ähm. Ich frag mal. Wo bist? Bist? Ich meinte nicht. Beat. 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 Ach, Beat Musik. Guck mal, ich hab hier... Nice. Guck mal, ich hab hier... Ich hab hier Magma-Creme. Ist das so, glaube ich, ne? Hier? So. Ja, aber jetzt mal ohne Scheiß. Man muss echt mal so... Oh, das sieht auch cool aus hier. Hast du so eine Bergbude? Wo ist richtig... Boah, ich muss sowas aufbauen. Ich muss sowas... Sorry, Leute. Ganz ehrlich, an alle, die in der Deathclay Map wollen... Das war eigentlich auch meine Idee. Mänder-Drachen und hast du nicht gesehen so. Und mit Windern und allem. Sorry, sorry, sorry. Ich hab irgendwie... Wirklich viel mehr Lust, sowas zu bauen. Ich muss das einfach machen. Ich muss damit irgendwie anfangen, bald. Ohne Scheiß. Ich hab richtig Bock da drauf. Das ist mal wieder so richtig Minecraft, finde ich. Ähm. Wie gesagt, mit dem End. Na klar, man kann ja nachts da noch ein paar Indermänner kennen und so. Aber das macht... Boah. Mega Ausblick. Das stimmt. Das stimmt. Auf jeden Fall. Richtig toll. Auf jeden Fall. Jeden sollte das... Jetzt korrigier ich das nicht mehr. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber jetzt legt die Magma-Creme da einfach rum. Ist auch Magma-Creme, ne? Ähm. Magma-Creme. 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 Oh, es regnet. Guckt euch das mal an. Und da hinten geht die Sonne unter. Ist auf jeden Fall cool. Da stehen wir hier im Regen. Die Sonne geht unter. Ja, das ist so nice. Also mir gefällt die Magma-Creme. Muss ich mal... Also das ist vor allem... Ich mein, klar, ist noch nicht viel gebaut. Aber ich mein, eben so survivalmäßig mal wieder richtig. Und hier so schöne Bergwut... Ich muss sowas auch... Boah, ich hab richtig Bock drauf. Ich muss mal wieder so richtig hart zocken, Alter. Also hier... Ordentlich auch mal sowas machen. Ja, also wenn du das Video siehst, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut deine Magma-Creme. Ihr könnt ja auch mal gerne ein Like da lassen, wenn ihr euch die Magma-Creme und das Video gefällt. Auch mal gerne Kommentare schreiben. Würde mich ja mal sehr interessieren. Sehr freuen. Ja. Schauen wir mal. Da bohrst du gerade Treppen hin. Mal gucken, was das wird. Wo soll ich denn das Schild eigentlich hin boh... Guck mal, jetzt ist es dunkel. Jetzt sieht man gar nichts mehr. Ich bin mal gespannt, was ihr da jetzt gerade macht. Hier rein, bitte zwei Schilder. Okay. Okay, 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 okay. Okay, wo finde ich zwei Schilder? Wo finde ich zwei? Ähm. Okay. Ähm. Kannst mir bitte welche geben? Gebe... Gehe... 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 Was? Oh, ey, ich hasse das, auf dieser Mini-Tastatur immer zu schreiben. Ich glaube, sie craftet mir gerade Schilder. Ja, da bräuchte ich natürlich schildern, dass ich mal hier war. Ist auf jeden Fall nice. Ich möchte, wie gesagt, auch jetzt mal mit dem Meerbrand kommt, zu Besuch bringen. Das muss einfach mal wieder richtig so mega abgehen. Also mal wieder richtig Videos hier aufnehmen. Und so. Naja, und so. So muss das einfach mal sein. Ja. Oder nicht? So, jetzt bin ich mal gespannt. Zwei Schilder, warum eigentlich zwei? Guck mal. Warum zwei? Soll ich jetzt hier... Ich, äh, guck mal. Ja, bitte. Okay. Da mach ich immer das erste Schild hin. Hier war... Ähm. Nee, das mach ich anders. Hier war... Brand... Äh... Fernsehen. Return. Ey, wo ist das... Wie komm ich hier wieder raus? So. Super. Coole. Bude. Nicht Bude schreibe ich einfach mal. Also, ich meine, das ist ja richtig nice, die Bergbude. Zack. So, hier. Hier war Brand Fernsehen. Super coole Bude. Echt witzig. Und Glas gleich drum. Das ist nice. Das ist cool. Das gefällt mir, was ich dazu sage. Das ist echt eine coole Idee. Hast du da. Kann man schön hier glassen. Jetzt ist das schön hier drin. Verewigt. Jetzt habe ich mich in der Map verewigt. Hier war Brand Fernsehen. Ja. Super coole Bude. Ist aber wirklich so ohne Scheiß. Ihr könnt ja mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Und gerne like dir lassen, wenn es euch auch so gefallen hat. Würde mich echt mal sehr interessieren, wie euch die Maps so gefallen hat. Wie gesagt, es kommt jetzt wieder mehr Brand zu. Ich meine, es geht ja auch wieder. Ich kann wieder Maps joinen. Ich weiß nicht, was da mal los war. In der Einspunkt, was weiß ich. Irgendwo war das mal. Ging es nicht mehr. Bei mir. Warum auch immer. Es geht zumindest wieder. Richtig cool. Freue mich sehr drüber. Muss ich mal dazu sagen. Ja, bin begeistert. Das war doch eine coole Runde hier. Macht sie da doch schön Licht hin. Och, das ist doch cool. Das ist doch echt cool. Ja. Richtig nice. Der Regen ist nicht so nice. Ich meine, jetzt mal ohne Witz. Ist doch eigentlich wirklich dank gebrannt. Und, ähm, gern, bitteschön. Also, mir gefällt es, muss ich jetzt nur mal sagen. Wie gesagt, es ist ja nicht mega viel gebaut jetzt, aber das, was gebaut ist, ist auf jeden Fall richtig nice. Und auch hier die Treppe nach unten und hoch, der Weg, dass da auch irgendwie schön fucking stehen und so. Das ist doch cool. Das ist doch echt cool. Das ist doch echt super cool. Ich gehe nochmal kurz hier nach oben. Ich glaube, na gut, da war jetzt auch nichts mehr. Da oben sieht man den Mond. Ich kriege so das Mindshot-Feeling gerade wieder. Also, boah, sorry, früher. Ich habe so lange nicht mehr richtig gezockt. Immer noch so ein bisschen. Ich habe immer nur so die Let's Plays ab und zu. Ich muss mal wieder richtig loslegen. Und auch hier mit Multiplayer, dass man da auch den Namen sieht und alles, Alter, das ist... Ich muss da mal wieder richtig loslegen. Zu lange nicht mehr redet. Wir können ja mal zusammen hier spielen, wenn du möchtest. Gerne. Klar, können wir auch mal machen, wenn ich Zeit habe. Dann, äh, ja, bin ich mal gerne mal wieder dabei. Wie soll ich mich hier alle nochmal ein bisschen besuchen? Ja, würde ich mal sagen. Machen wir erstmal einen Aufnahmestopp. War doch auf jeden Fall super cool. Und, ja, ich wünsche euch noch einen sehr schönen Tag, Leute. Und der macht's gut. Ähm, freut euch auch schon wieder auf Branden kommt zu Besuch auf den nächsten Folgen. Könnt ihr immer gerne in die Kommentare schreiben. Schreibt mal gerne eure Meinung zur Map in die Kommentare. Lasst doch gerne einen Like da, wenn euch das Video und die Map gefallen hat. Und, ähm, ach, Marc, mein Cam, kannst du mir noch Tipps geben, was ich bauen könnte? Ja, klar, ich überlege mal gerade, ähm, ich überlege mal gerade, ich überlege mal gerade, ich überlege mal gerade. Balkon, naja, Balkon, Balkon, naja, Balkon, doch, könnte man da vielleicht sogar tatsächlich noch, ähm, Balkon, Aussichtsplattform mit Pool und Liegen und Sonnenschirmen, weiß die auch, glaube ich, ne? So was habe ich doch bei mir in einer PC-Map gebaut, die ich schon, wo ich so lange schon nicht mehr gezockt habe. Ich glaube, ein ganzes Jahr habe ich hier schon fast kein PC mehr gezockt, äh, das Let's Play. Boah, muss ich auch mal wieder weitermachen. Was muss ich jetzt? Balkon, Aussichtsplattform mit Pool, Liegen, Sonnenschirm, ähm, kleines Haus unten, ähm, Strandbude, ähm, Dschungel, Baum, Haus, alles so meine Tipps. Das ist dann doch, also, das ist echt, äh, kann man nichts verkehrt machen, kann man doch ruhig mal sowas bauen. Ja, war auf jeden Fall sehr cool bei dir in der Map, wenn du das Video hier siehst, war wirklich nice, hat mich gefreut. Und ja, dann würde ich mal so sagen, ne, machen wir erstmal Aufnahmestopp. Okay, danke für die Tipps, ähm, gern. War sehr cool, bin erstmal wieder weg. Ja, war echt nice, war echt nice, richtig cool, super Idee gehabt hier mit dem Bergboot, um das mal echt mal dazu sagen. Und ja, bald geht's wieder richtig los mit Branden, kommst du Besuch, wir spielen in der 1.1.2, ich weiß ja nicht, wie's aussieht, wenn das Video hochgeladen ist, ob dann schon wieder eine neue Wessel draußen ist, aber noch, noch sieht's eigentlich recht gut aus, sag ich mal. Ähm, okay, danke, schreibt sie, ja, wunderbar, wunderbar, da freu ich mich doch richtig, ähm, bye-bye, schreib ich mal. Dann sag ich mal, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Leute, habt noch einen sehr schönen Tag und lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, würde mich wirklich riesig freuen. Und die Missy 0081 bestimmt auch, gut, dann sag ich mal, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Leute, macht's gut, tschüss und bis zum nächsten Mal, habt noch einen sehr schönen Tag und yo, ciao.